Viele Zuschauer haben in die Kommentare unter den YouTube-Videos geschrieben, mach mal ein Video, wie man mit Linux alte Notebooks, alte PCs wieder flott machen kann, wie man die wieder gangbar machen kann und das habe ich hier mit diesem 16 Jahre alten Notebook jetzt mal gemacht. Das Notebook hier ist aus dem Jahr 2007, 16 Jahre alt, funktioniert jetzt mit Linux einwandfrei wieder und das muss man wirklich nicht wegwerfen und da ist nichts dran kaputt, das Notebook selber, das ist ja wie neu. Ein funktionierendes, aber schon ein bisschen in die Jahre gekommenes Notebook wieder aktuell zu machen mit Linux, mit Linux Mint. Das geht super einfach, das zeige ich mal in diesem Video. Da kann man Linux Mint installieren als zweites Betriebssystem neben das Windows oder eben auch als erstes Betriebssystem und das dauert nicht lange, das dauert ein, zwei Stunden, das kann wirklich jeder, man braucht nichts dazu, außer einem leeren USB-Stick und kann sich das Linux-Download hier drauf installieren und das macht wirklich mehr als Sinn. Da kann man eben so ein Notebook, was schon ein bisschen älter ist, noch ein paar Jahre benutzen. Das Notebook, was ich hier habe, das ist in einem Top-Zustand, das ist ein Toshiba-Notebook, das hat ein Zuschauer gespendet. Dankeschön an den Harald und da sieht man hier, das sieht aus wie neu, das wurde auch ganz wenig gebraucht. Tastatur in einem Top-Zustand, Bildschirm ist hier wirklich sehr gut, den kann man gut lesen, schönes TFT-Display. Dann hat es hier zwei Lautsprecher drin, also das ist auch hier Stereo, kann man auch prima Filme mit anschauen, Musik mithören. Dann hat das Ganze noch hier ein optisches Laufwerk, da kann man eben auch DVDs abspielen oder auch Musik-CDs oder man kann auch eine DVD mal brennen. Viele Rechner von heute, viele Notebooks, die haben natürlich kein optisches Laufwerk mehr und da kann man immer prima mal drauf zurückgreifen. Auf den ersten Blick sieht man gar nicht, wie alt das Gerät eigentlich ist, da muss man schon hier mal nach den Spezifikationen gucken und da ist hier drin Intel Pentium Dual, das ist ein T2310 und da sieht man schon, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell und ich kann hier bei Mainboard schauen, bei CPU-Z und da sehe ich dann hier, dass eben das BIOS von 2007 ist, also das Notebook ist tatsächlich schon 16 Jahre alt. Das macht hier aber überhaupt nichts, hier funktioniert alles, ich habe alles getestet, Tastatur, optisches Laufwerk, USB-Buchsen funktionieren und sogar der Akku, der da drin ist, der funktioniert noch. Da kann ich hier den Stecker rausziehen und kann hier weiterarbeiten und ich kann natürlich dann eben auch das Bild hier spiegeln auf einem externen Monitor. Akku läuft noch richtig gut, kann ich mal draufklicken, 98% verbleiben und es hält ungefähr hier noch so zwei Stunden. Wenn man da jetzt sagt, okay, der Bildschirm, der ist mir ein bisschen zu klein hier mit 15 Zoll, kein Problem, kann ich einfach diesen externen Monitor anschließen und hier läuft noch Windows 7 drauf, das habe ich mal ganz neu installiert hier und das hat sofort funktioniert, da gibt es keinerlei Probleme, da wurde auch der Monitor direkt dann erkannt, also hier gibt es keinen Grund, dieses Notebook zu entsorgen. Ausgeliefert wurde dieses Notebook hier mit Windows Vista von Toshiba und hier ist ein Pentium Dual Core drin, also wenn ihr ein Notebook habt, was neu ist und das ist ja ziemlich wahrscheinlich, dann funktioniert Linux Mint eben auch auf eurem Notebook genauso, wie das jetzt hier gleich zu sehen ist. Wenn ihr ein altes Notebook habt oder natürlich auch einen alten PC, da funktioniert das auch drauf, da könnt ihr ganz einfach hier unten MS Info eintippen oder MS Info 32, je nachdem was ihr für eine Windows da habt und kriegt dann die Systemdaten angezeigt. Das sind dann die Systemdaten von diesem Notebook, was der Zuschauer gespendet hat, sieht man eben hier den Prozessor, das ist eben der Pentium Dual T2310, das ist aber gar nicht mal so wichtig, wie schnell da ist. Und hier Systemtyp, das ist eben wichtig, das ist hier oben diese Zeile, hier steht dann X64 basierter PC, das heißt, dass der Prozessor hier ein 64-Bit-Prozessor ist und das muss auf jeden Fall sein, also 32-Bit-Geräte sind dann nicht mehr aktuell. Hier unten sieht man nochmal das Datum 2007. Linux Mint kann man sich jetzt hier runterladen auf dieser Webseite, den Link findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung, da gibt es verschiedene Versionen, einmal Cinnamon Edition, dann hier diese Mate Edition und dann hier XFCE Edition. Und je nachdem, was man eben für einen Rechner hat, wie leistungsstark der PC oder das Notebook eben ist, kann man hier unten auch diese Version nehmen. Für ein bisschen schwächere Notebooks kann man sich einfach mal runterladen, einfach mal ausprobieren, kann man ja auch wieder löschen und dann eine andere Version installieren. Ich nehme aber meistens hier diese Cinnamon Edition, die funktioniert eigentlich auf jedem Notebook, wo auch Windows drauf gelaufen ist. Klicke ich dann hier auf Download drauf und da habe ich hier Linux Mint 21.1 VERA und das ist die aktuelle Version zum Zeitpunkt des Videos. Es ist 2,5 GB groß, scrolle ich hier nach unten und das Ganze ist hier auf Englisch, aber das Linux selber, wenn man es installiert, das kann man dann einstellen. Das ist dann auf Deutsch und hier kann ich mir die Spiegel-Server anschauen, wo ich es runterladen kann. Da ist hier Belgien dabei, Frankreich, hier Deutschland und da kann man sich jetzt einen Server aussuchen und kann es dann runterladen. Habe ich mir einen Ordner erstellt, Linux Mint 21.1 habe ich den genannt und runtergeladen wird hier Linux Mint-21.1-Cinnamon 64 Bit und das ist eine ISO-Datei und die kann ich gleich auf den USB-Stick drauf kopieren. Ich klicke hier auf Speichern, wird runtergeladen, dauert noch ungefähr zweieinhalb Minuten, die Hälfte von 2,5 GB sind schon runtergeladen. Wenn ihr Linux runterladet, also die ISO von Linux genauso wie das hier passiert, dann braucht ihr noch ein Tool, um damit einen USB-Stick zu erstellen. Windows selber kann das nicht, da braucht ihr dieses Rufus-Tool, findet ihr auf der Seite tooltime.de, ist hier zu sehen. Und da gibt es auf der linken Seite eben diese Links zu verschiedenen Herstellern. Da kann man LibreOffice runterladen, Hardware-Monitor, Windows 11, Windows 10, geht dann direkt zum Hersteller und hier gibt es auch den Link zu Rufus. Klicke ich dann hier auf Rufus drauf. Die Software Rufus, das ist ein kleines Tool zum Erstellen von USB-Sticks, von denen man booten kann, funktioniert unter Windows 11, Windows 10, geht auch noch unter Windows 7, geht auch unter Windows 8. Und so sieht das in etwa aus, wenn man es runterlädt. Ich scrolle mal ein bisschen nach unten, kann ich hier runterladen und das ist die Version 3.22. Das ist die aktuelle Rufus-Version und die lade ich hier runter und die speichere ich auch einfach in den Ordner rein, hier Linux Mint 21. Das hier ist mein USB-Stick, da soll das drauf, da möchte ich gleich von dem Notebook starten, stecke ich hier in meinen Rechner rein. Und da wird er dann erkannt, das ist okay, das ist Laufwerk E, klicke ich weg. Jetzt kann ich mal ein Rufus-Tool starten und kann hier den Stick erstellen. Das Ganze sieht hier komplizierter aus, als es ist, da braucht man nur ein paar Punkte zu beachten. Hier oben Laufwerk, da wurde direkt der USB-Stick ausgewählt und einen anderen USB-Stick habe ich hier auch nicht. Also E, 16 GB und der wird natürlich komplett gelöscht. Und hier, da muss ich jetzt eben die ISO-Datei angeben, die ich mir eben runtergeladen habe, also das Linux Image und da klicke ich hier auf Auswahl drauf. Habe ich dann hier wieder den Ordner Linux Mint 21.164 Bit, so soll das sein. Klicke ich auf Öffnen und dann wird eben diese ISO-Datei analysiert von dem Rufus und dann habe ich hier verschiedene Optionen. Genau das, was Rufus jetzt hier automatisch eingestellt hat, das ist auch okay für die allermeisten PCs, für die allermeisten Notebooks, wenn man Linux eben neben dem Windows installieren möchte oder eben das Windows ersetzen möchte. Und es gibt aber immer einige PCs, die nicht so 100% kompatibel sind mit jedem USB-Stick und da gibt es hier den Trick mit dem Partitionsschema. Es gibt ja zwei Arten von PCs und Notebooks. Einmal die alten mit einem BIOS und dann gibt es hier die neueren, so ab 2014 ungefähr, mit UEFI. Das ist dann hier zu sehen und wenn man den Stick so erstellt, hier mit dem Partitionsschema MBR, dann funktioniert er auf den meisten PCs und Notebooks, die BIOS oder UEFI haben. Aber das ist immer so eine Einstellungsfrage von BIOS, das weiß man natürlich nie so genau. Man kann am besten sich zwei Sticks installieren. Einmal einen hier mit dem Partitionsschema MBR und einen mit dem Partitionsschema GPT. Und da sieht man dann hier das Zielsystem. Das sind eben Geräte, die nur UEFI haben, die überhaupt kein MBR mehr unterstützen. Also ohne diesen Kompatibilitätsmodus. Und das ist natürlich vorher meistens nie so bekannt. Und man kann das einfach hier mal mit ausprobieren. MBR. Ich mache das so, dass ich mir zwei Sticks immer erstelle. Zwei verschiedene Sticks. Einen mit MBR, einen mit GPT. Und wenn das Notebook oder der PC von dem einen nicht booten will, dann versuche ich den anderen. Die anderen Einstellungen, die lasse ich hier so, wie sie sind. Dann klicke ich hier auf Start drauf. Und da wird man hier gefragt, wie man das, in welchem Modus man das schreiben möchte. Und dann nehme ich das, wie es hier steht. Im ISO-Image-Modus schreiben, klicke ich auf OK. Und dann wird der Stick jetzt gelöscht. Das ist auch OK. Und da sind mehrere Partitionen drauf auf dem USB-Stick. Auch OK. Der USB-Stick kann komplett geleert werden. Und jetzt wird der Stick erstellt. Sieht man hier unten, Dateisystem erzeugen. Und jetzt werden die Linux-Dateien kopiert. Der Stick, der ist jetzt fertig erstellt. Ich klicke hier auf Schließen. Kann oben den USB-Stick auswerfen. Und kann jetzt hier von dem USB-Stick starten. In meinem Fall möchte ich jetzt Linux neben das Windows installieren. Einfach mal, um zu zeigen, dass eben auch beides geht. Und ich kann mein Notebook dann auch eben dual benutzen. Also wenn ich Windows-Software habe, auch ältere Windows-Software, kann ich die mal ausprobieren. Drauf laufen lassen. Und ich kann eben auch Linux starten. Ein aktuelles Linux kann damit ins Internet gehen. Und hier habe ich die Datenträgerverwaltung geöffnet. Das hier, das ist die Datenträgerverwaltung von Windows. Sieht bei Windows 10 oder Windows 11 eigentlich genauso aus. Da habe ich ja einmal das DVD-Laufwerk. Da ist eben nichts drin. Hier Datenträger 0. Das ist eben die Systemplatte, die hier drin ist. Oder System-SSD. Die ist hier 1 Terabyte groß. 50 Gigabyte sind hier belegt eben für das Windows, was jetzt gerade läuft. Das ist natürlich nicht viel. Und hier habe ich noch genug Platz, um Linux rein zu installieren. 882 Gigabyte. Und ich kann auch natürlich hier Partitionen verkleinern oder vergrößern. Klicke ich hier dann drauf. Mit der rechten Maustaste in die bestehende Partition kann hier sagen, Volume verkleinern oder erweitern. Und so kann ich mir eben Platz schaffen, um Linux dazu zu installieren. Dann klicke ich dann dieses Fenster Gesamtgröße vor der Verkleinerung. 49,899 Gigabyte. Und dann kann ich das hier noch weiter verkleinern. Brauche ich natürlich hier nicht. Aber da kann man das eben einstellen. Klickt dann auf Verkleinern. Das kann durchaus mehrere Minuten dauern. Und hier habe ich ja genug Platz frei. Hier diese 882 Gigabyte. Da installiere ich Windows rein. Kann ich das hier beenden. Und kann hier den Rechner runterfahren. Und den USB-Stick mit dem Linux, den stecke ich hier neben rein. Ich habe das Notebook wieder eingeschaltet. Und kann hier bei diesem Notebook mit F12 ein Bootmenü aufrufen. Da drücke ich einfach ein paar Mal drauf, während hier der Postscreen angezeigt wird. Hier unten, da steht das schon, dass das Bootmenü aufgerufen wird. Und hier kann ich mir jetzt aussuchen, von was ich booten möchte. Entweder von der internen Platte oder eben von CD. Ist ja nichts drin. Hier oder eben dann von diesem USB-Stick, den ich eben erstellt habe. Und das ist auch zufälligerweise ein Toshiba USB-Stick. Und hier würde dann euer USB-Stick stehen. Und dieses Menü, das kann man aufrufen mit F12. Bei anderen Notebooks oder PCs auch mit F11, F10, F9, F8. Alles schon da gewesen. Wenn ihr bei eurem PC oder Notebook so ein Bootmenü nicht aufrufen könnt über die Tastatur, über die Funktionstasten, dann müsst ihr beim Einschalten eben ins BIOS gehen. Das geht meistens mit F2, manchmal auch mit Escape. Bei PCs meistens mit der Entfernen, also der Delete-Taste. Und da kann man dann die Bootreihenfolge einstellen, dass er zuerst vom USB-Stick booten soll. Hier starte ich jetzt von dem USB-Stick, drücke ich die Eingabetaste, kriege dann hier so ein Menü angezeigt. Und da habe ich hier einmal Linux mit 21.164 Bit. Und dann hier nochmal in der zweiten Seite in Kompatibilitätsmodus. Und ich benutze aber zuerst hier oben diese Option. Wenn das bei euch nicht klappt, dann eben den Kompatibilitätsmodus verwenden. Fertig gestartet von dem Stick. Und dieses Booten, bis man hier den Bildschirm bekommt, das kann ganz unterschiedlich lange dauern. Bei manchen PCs ist das in 30 Sekunden passiert. Bei manchen PCs dauert das wirklich 5 Minuten. Ist mir auch schon mal bei Windows aufgefallen. Windows 10 startet von einem USB-Stick bei manchen Rechnern wirklich sehr langsam. Da muss man einige Minuten warten. Teilweise bleibt der Bildschirm da dunkel. Das liegt wahrscheinlich immer ganz am BIOS und ganz an dem Datenträger, der da eingebaut ist. Und natürlich auch am Prozessor. Ich starte hier oben einfach Install Linux Mint. Kriegt man dieses Fenster dann angezeigt. Dann kann ich hier die Sprache aussuchen. Dann nehme ich hier Deutsch. Das soll jetzt auf Deutsch installiert sein. Auch wenn das hier bei der Installation eventuell noch Englisch spricht. Dann hier die Tastaturbelegung. German ist auch okay. Klicke ich hier auf Weiter. Da kann man sich jetzt zum Netzwerk verbinden lassen. Brauche ich erstmal nicht. Kann nachher die ganzen Updates runterladen. Klicke ich auch hier unten auf Weiter. Wird man hier gefragt, ob Multimedia-Kodex installiert werden sollen. Klicke ich auf OK. Da mache ich hier oben so einen Haken dran. Kann man aber auch alles später noch installieren. Jetzt kommt das entscheidende Fenster. Und da wird man gefragt, ob Linux Mint neben dem alten Windows installiert werden soll. Oder ob die Festplatte komplett gelöscht werden soll. Oder die SSD und nur Linux Mint installiert werden soll. Kann man sich dann hier mit der Maus aussuchen. Festplatte löschen und Linux Mint installieren. Oder eben das Linux Mint neben das alte Windows installieren. Und ich mache das hier mal als Dual Boot. Und da wird dann automatisch eben ein Boot Manager eingerichtet. Und wenn bei euch diese Option nicht kommen sollte, dann müsst ihr unten auf etwas anderes klicken. Und da kann man das Ganze hier per Hand dann nochmal eingeben. Aber hier bei meinem Notebook ist das hier oben richtig Linux Mint neben Windows installieren. Klicke ich hier unten auf Jetzt installieren. Dann wird das Ganze hier nochmal zusammengefasst. Ist immer OK. Klicke ich auf Weiter. Dann muss man nochmal die Zeitzone hier angeben. Das ist auch richtig. Klicke ich wieder auf Weiter. Da möchte Linux noch den Namen wissen. Hier Name habe ich Besitzer eingegeben. Kann man irgendwas eintragen. Und hier, das ist ein Satellite A200 Notebook. Das hat es automatisch hier aus dem BIOS rausgelesen. Dann habe ich hier ein Passwort vergeben. Das sollte man auf jeden Fall machen. Und klicke wieder auf Weiter. Linux wird dann installiert. Danach neu starten. Und dann kann man eben im Menü sich aussuchen, ob man Windows starten möchte oder das Linux. Und das Ganze hier, das dauert so 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Je nachdem eben was für einen Rechner oder was für ein Notebook ihr habt. Fertig installiert kommt jetzt hier die Meldung Installation abgeschlossen. Dann entweder weiter ausprobieren oder jetzt neu starten. Klicke ich auf jetzt neu starten drauf. Nach dem Neustart habe ich jetzt hier dieses Grub Boot Menü. Und da kann ich mir aussuchen, entweder hier Linux Mint 21.1, was ich eben installiert habe, oder hier unten dann das alte Windows. Und ich nehme hier oben das Linux. Den Bildschirm hier oben, den habe ich jetzt hier angeschlossen. Und da sieht man direkt beim Huffahren wird der zweite Bildschirm hier oben schon erkannt und auch richtig angezeigt. Willkommen bei Linux Mint. Das hier ist der Begrüßungsbildschirm. Und da kann ich hier so ein paar Punkte durchgehen. Erste Schritte, Dokumentation, Hilfe, wenn man sich da noch nicht so richtig mit auskennt. Ansonsten kann man das hier schließen. Um damit eben zu arbeiten, ganz aktuell zu arbeiten, stecke ich hier das Netzwerkkabel rein. Und dann kann ich hier die ganzen Updates runterladen. Hier oben die Netzwerkverbindung, die hat es selbst hergestellt. Alles schon gefunden. Und ganz unten rechts, da laden jetzt die Updates. Die Updates, die heißen hier Aktualisierungen. Und da gibt es hier die Aktualisierungsverwaltung. Und hier rechts, da gibt es nochmal Systemberichte. Da wird das System selber nochmal geprüft. Klicke ich hier auf die Aktualisierungsverwaltung. Willkommen bei der Aktualisierungsverwaltung. Und da wird dann erklärt, was da gemacht wird. Klicke ich auf Bestätigen drauf. Und dann werden hier Updates angezeigt, die runtergeladen und installiert werden können. Hat es hier dann schon Updates gefunden für die Linux-Firmware, dann hier für Samba und noch so ein paar andere Sachen. Und hier oben kann ich auch den Server wechseln, von dem die Updates runtergeladen werden sollen. Tippe ich hier mein Passwort ein. Klicke hier auf OK. Und dann sieht man hier, dass eben diese Hauptupdates aus USA runtergeladen werden. Klicke ich hier oben drauf und kann das hier irgendwo aus Deutschland runterladen. Hier Netcolon zum Beispiel. Und hier die Basis-Server. Die sind jetzt hier in England. Kann ich hier auch einen aussuchen. Zum Beispiel Bonn. Das ist ganz unterschiedlich. Klicke hier wieder auf OK. Und dann wird das Ganze neu geladen und neu angezeigt. Ganz unten rechts in der Ecke gibt es noch die Systemberichte. Und da klicke ich mal drauf. Bei den Systemberichten, da wird dann noch angezeigt, dass hier Timeshift gestartet werden soll. Das ist sozusagen ein Backup. Da kann ich Systemwiederherstellungspunkte setzen. Brauche ich jetzt hier erstmal nicht. Den Bericht möchte ich ignorieren. Dann gibt es hier noch Sprachpakete, die installiert werden können. Und die installiere ich, damit das Ganze auch hier korrekt ist und das Ganze auch richtig in Deutsch angezeigt wird. Der zweite Bildschirm, der ist momentan noch schwarz. Da klicke ich mit der rechten Maustaste genauso wie bei Windows irgendwo hier auf den Desktop drauf. Dann habe ich hier den Punkt Display Settings. Kann auch anders heißen. Und da kann ich das hier aufrufen. Und da sieht man, dass da schon zwei Monitore erkannt wurden. Einmal die eingebaute Anzeige und dann hier der externe Monitor. Das ist hier dieser ViewSonic mit 24 Zoll. Den kann man zum Beispiel so einstellen, dass eben nur der externe Monitor benutzt wird. Das interne Display hier im Notebook, das ist jetzt dunkel, das ist natürlich praktisch, kann ich jetzt einfach hier so runterklappen und kann hier weiterarbeiten. Und das wird hier alles in diesem Fenster eingestellt. Gibt es hier die Option Spiegel oder Bildschirme verbinden. Und Bildschirme verbinden ist das, was bei Windows 10 oder bei Windows 11 dann erweitern heißt und spiegeln, dass es dann duplizieren bei Windows 10 oder Windows 11. Da kann ich mit dem 16 Jahre alten Notebook jetzt ganz normal mit surfen, mit einem super aktuellen Firefox. Der ist auch dabei. Das ist die gleiche Firefox Version, wie es die eben auch für Windows 11 gibt. Da kann ich auch Chrome drauf installieren, die ganz aktuelle Version, eben auf dem 16 Jahre alten Gerät. Also das Linux hat hier dieses 16 Jahre alte Gerät wieder in die heutige Zeit rein katapultiert. Und jetzt kann ich das ganz normal benutzen. Und das ist natürlich was besonders Aktuelles, wenn Windows 10 eben ausläuft. Microsoft wird ja irgendwann den Support von Windows 10 beenden. Dann hat man dann Geräte aus dem Jahr 2016, die vielleicht nicht mehr funktionieren. Aber mit Linux funktionieren sie dann. Ist natürlich klar, dass ein Notebook, was ein bisschen älter ist, nicht so schnell ist wie so ein Notebook, was man heute ganz neu bekommt. Aber auch da muss man aufpassen. Viele Notebooks, die heute neu verkauft werden, so billige Notebooks, die sind wirklich langsam. Die sind oft langsamer als Notebooks, die 5, 6, 7 Jahre alt sind. Aber der Vorteil ist eben hier, ich habe mal ein Notebook, was ich eben als Zweit-Notebook benutzen kann. Ich kann das Notebook mitnehmen irgendwo in Urlaub. Und da muss man nicht Angst haben, dass es irgendwo geklaut wird, dass dann gleich ein Notebook weg ist, was 1000 Euro gekostet hat. Das kann ich eben anschließen mit Kabel, mit WLAN an eben das Internet und kann auch mal surfen. Vorteil eben von so alten Notebooks, da ist eben noch ein optisches Laufwerk dabei. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, hier unter Linux eben auch mal eine DVD abzuspielen, eine Musik-CD abzuspielen oder auch mal eine CD oder DVD mir hier zu brennen. Wenn ihr auch Linux installieren wollt auf eurem Notebook, auf eurem PC als Zweitbetriebssystem oder auch als Drittbetriebssystem, das funktioniert auch. Und das klappt irgendwie nicht, dass irgendwas nicht funktioniert, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Antworte ich gerne darauf. Andere Zuschauer mit Sicherheit auch. Wenn ihr das schon gemacht habt, schreibt einfach mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare rein. Das interessiert mich. Gebt dem Video einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Guckt mal unten in der YouTube-Video-Beschreibung. Da gibt es noch weitere Links zu Videos auf YouTube mit ähnlichem Inhalt, mit Linux, mit Windows 11, mit Windows 10. Und besucht mal die Seite Tooltime.de und die Seite Tooltime.pedia. Auf der Seite Tooltime.de, die sieht man hier, gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Rechner schneller macht, wie man sich einen eigenen PC baut, wie man seinen Notebook auseinanderbaut und repariert, wie man seinen Drucker auseinanderbaut und repariert zu Windows 10, zu Windows 11 und zu Linux. Besucht dann mal die Seite Tooltime.pedia. Das ist diese hier. Links alle unten in der YouTube-Video-Beschreibung und in den Kommentaren. Tooltime.pedia ist ein Hardware-Archiv, ein Software-Archiv aus drei Jahrzehnten. Da findet man Hardware und Software. Da gibt es dann CD-Recorder, Festplatten, Grafikkarten, SSDs, PC-Komponenten, Mainboards, was sie damals gekostet haben und was sie damals konnten. Hier blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf dem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks installiert, ganz neue Notebooks richtig einrichtet, wie man Windows 10 repariert, Windows 10 schneller macht, wie man Drucker installiert und Drucker repariert. Schaut es euch einfach mal an. Da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Klickt einfach auf die Infokarte drauf.